Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber. Die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günter Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schrauz der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Schaumaster Steffen und Daniel. Let's go, wir sind live auf Sendung zurück mit Andreas Knuff. Willkommen, guten Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen. Kann man auch mal klatschen. Andreas, die Zuschauer hatten schon gemerkt, Andreas wollte in die Sendung, der hat gesagt, hier bin ich. Lasst mich reden. Lasst mich reden, da ist er. Ja, wie geht's dir? Vielleicht auch an die Zuschauer, wer bist du, was machst du, dass die so einen kleinen Einblick von dir bekommen? Also, ich sitze in Konstanz am wunderschönen Bodensee, es ist traumhaftes Wetter, es ist Sommer, ich habe eigentlich Urlaub, ja, und jetzt bin ich eine Stunde da und habe Zeit und ich bin hier Psychologe in Konstanz, also ich bin niedergelassener Psychotherapeut, ich mache daneben aber auch noch andere Sachen, ich bilde viel Fachleute aus, ich mache viel Fortbildung, Supervisionen für Teams, ja, und habe mich schon ziemlich lange viel mit Borderline beschäftigt. Und deswegen bist du heute auch hier, weil wir möchten das Thema Borderline, Persönlichkeitsstörung mit dir besprechen als Fachmann, Leute informieren, das ist ganz wichtig, was wir auch mit unserer Sendung erreichen möchten. Und wenn ihr mehr über Andreas im Nachgang vielleicht auch erfahren möchtet, Ausrufezeichen A, Knuff in den Chat, Ausrufezeichen Bücher, da kriegt ihr noch weitere Bücherempfehlungen oder Buchempfehlungen und Ausrufezeichen Borderline, da kriegt ihr noch andere Seiten, wo ihr euch auch noch nachgehend informieren könnt. Ja, so ist es. Andreas, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast dich damit lange beschäftigt und du hast ein Selbsthilfebuch über Borderline-Persönlichkeitsstörung geschrieben, wie kam es dazu? Also ich habe das nicht alleine geschrieben, ich habe ein paar Bücher über Borderline geschrieben, aber das Selbsthilfebuch habe ich mit einer Betroffenen geschrieben, Christiane Tilli. Christiane Tilli ist eine Diplom-Pädagoge, die selber auch eine Borderline-Erkrankung hat und wir haben zusammen gemeinsam dieses Buch gemacht, das war ein total spannendes, dialogisches Projekt mit einer ganze Menge von Betroffenen so als Support und Anregung und Unterstützung drumherum. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Besondere an dem Buch, dass da jetzt nicht ein Profi schreibt, sondern wir eben zusammen aus diesen beiden Perspektiven versucht haben, das zu schreiben und dann wird der Ton und der Stil von so einem Buch, der wird zwangsläufig ein bisschen anders, weil wir Profis, wir haben dann doch unsere eigene Sprache und unser eigenes Denken und unseren eigenen Blick da drauf und der wird dann einfach ein bisschen in Frage gestellt. Okay, also ihr habt so ein Buch geschrieben, ihr habt mehrere Bücher geschrieben. Wie glaubst du, kann so ein Buch den Leuten, den Betroffenen helfen? Also es gibt ja unendlich viele Bücher über Borderline mittlerweile. Borderline ist in den letzten 15 Jahren so ein In-Thema und Boom-Thema gewesen. Da haben sich so viele Leute mit beschäftigt. Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben Selbsthilfemöglichkeiten zusammengetragen. Also das, was die Betroffenen selber tun können, weil Borderline ist jetzt keine einfache Erkrankung und man ist von morgens bis abends eigentlich mit dieser Thematik beschäftigt. Und wenn man zum Profi geht, eine Psychotherapie macht, dann hat man vielleicht eine Stunde in der Woche und dann sind noch 167 Stunden übrig, wo man da alleine hockt und dann für sich selber gucken muss, wie man damit umgehen kann und was man tun kann, dass man nicht irgendeinen Mist baut oder dass es einem nicht einfach total fürchterlich und unerträglich geht. Okay, ja. Um vielleicht so ein bisschen, dann sind wir vielleicht auch bei der Erkrankung schon, um so ein bisschen über Ursachen zu sprechen, Andreas. Heute geht man davon aus, dass Borderline genetisch beeinflusst ist und aber auch von Traumata, so posttraumatischen Dingen, begünstigt werden kann. Wie häufig haben Borderliner eine traumatische Biografie? Ja, das ist die große Frage. Also je nachdem, wen du da fragst und wo du in die Literatur schaust, also ich würde mal realistisch, würde ich mal sagen, irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent der Borderline-Betroffenen haben eigentlich irgendeine Form von Trauma-Erfahrung. Also wenn ich jetzt meine Klienten so über die Jahre angucke, ich wusste gar nicht, ob da überhaupt jemand dabei war, der keine Trauma-Erfahrung hatte. Also Trauma ist schon mit das Zentralste, wenn es um die Ursachen von Borderline-Erkrankung geht und auch zum Verstehen, was da eigentlich passiert. Da braucht man die Trauma-Erfahrung eigentlich zu, um das Verständnis hinzukriegen. Und gibt es da ein Schema? Also sieht man, dass vielleicht eine gewisse Traumata vielleicht bei vielen vorkommt oder ist das weitläufig unterschiedlich? Also ich meine, wenn man so landläufig von Trauma spricht, was ja oft geht es dann darum, jemand hat irgendwie einen schweren Verkehrsunfall gehabt oder eine Kriegstraumatisierung als erwachsener Mensch oder ein Soldat, der in Afghanistan war oder so. Das sind nicht die Traumatisierungen, die Borderline machen. Borderline entsteht durch frühe Traumatisierungen, muss man eigentlich sagen. Also früh meint die ersten, was weiß ich, die ersten zehn Lebensjahre vielleicht. Die Zeit, wo wir Kind sind, wo wir sehr verletzlich sind, wo wir noch sehr instabil sind, wo wir auf Vielhalt von außen angewiesen sind, wo wir darauf angewiesen sind, dass da überhaupt einer ist und das ja nicht ständig wechselt und dass wir dem vertrauen können und dass da nicht irgendwelche ganz fürchterlichen Sachen passieren, wie ein sexueller Missbrauch, wo wir dann überhaupt nicht mit umgehen können. Also um solche Traumatisierungen geht es eigentlich. Das kann eine Missbrauchserfahrung sein, das kann emotionale Vernachlässigung sein, das kann Gewalterfahrung sein, das kann aber auch einfach Veränderung von Bindungspersonen sein, frühe Verlusterfahrungen. Ja, so das Spektrum ungefähr. Also viel Einfluss kann das auch auf den Menschen haben, dass das dann quasi auch dann auslöst. Wenn das früh passiert, verunsichert dich das einfach maßlos. Du bist nicht stabil genug, um das tragen zu können. Wenn du zum Beispiel eine Missbrauchserfahrung machst und, jetzt nehmen wir mal einen ungünstigen Fall an, du hast kein Vertrauensverhältnis zum Beispiel zu deinen Eltern. Also du vertraust dich denen nicht an oder du vertraust dich denen tatsächlich an und die sagen, das kann gar nicht sein, das musst du dir irgendwie ausgedacht haben oder so. Dann trifft dich das sehr, sehr tief. Und das ist natürlich anders, als wenn du schon stabil im Leben stehst und 25-jährig erlebst du dann einen schweren Verkehrsunfall und entwickelst dann infolge davon eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist etwas anderes als eine Born- und Einagraben. Ich habe hier eine spannende Zuschauerfrage. Im Vorhinein haben wir ja gesagt, dass wir vielleicht auch Zuschauerfragen mit einbinden, wenn es passt. Glaubst du, dass das Internet heutzutage vielleicht auch noch einen krassen Einfluss auf die Krankheit haben kann, weil auch sehr viele junge Leute vielleicht auch ins Internet gehen und dort auch vielleicht Einfluss kriegen von anderen, die sie vielleicht gar nicht kennen, aber trotzdem nahe geht? Glaubst du, dass das Internet das ein bisschen verstärkt? Ich weiß das nicht. Also eine Traumatisierung ist natürlich irgendwas anderes. Also eine selbsterlebte Traumatisierung ist was anderes, als was ich jetzt erzählt bekomme oder höre oder so. Aber was es natürlich schon gibt, es gibt Ansteckungsreaktionen. Also zum Beispiel bei dem Thema Selbstverletzungen, da weiß man das auch. Wenn Leute viel von Selbstverletzungen berichten, es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang, da haben die Medien viel über Selbstverletzungen berichtet und haben die Fotos von den Wunden, die waren dann im Jetzt oder im Zeitmagazin oder so drin. Also das ist sicherlich nicht wünschenswert. Ist es denn so, dass, zumindest habe ich sowas gelesen, kannst du das bestätigen mit deiner fachlichen Expertise, dass das Gehirn bei Borderlinern anders funktioniert, arbeitet? Also was bedeutet das? Stimmt das? Also Borderline ist keine Hirnstörung in irgendeiner Form. Man muss sich das eher so vorstellen, das ist alles sehr, sehr komplex. Also wenn ich zum Beispiel eine schwere Traumaerfahrung mache, dann wirkt sich diese Traumaerfahrung auf meine Hirnstrukturen aus. Bestimmte Hirnareale werden aktiver. Die Alarmanlage, die wir im Gehirn haben, die wird auf doppelten Alarm geschaltet, sozusagen. Wir wissen auch, gewisse Hirnareale, die weiten sich tatsächlich, die werden größer. Also so spielt das Gehirn da schon mit rein, aber nicht in dem Sinne, dass es da jetzt irgendeinen spezifischen Hirndefekt gäbe, der dann nachher die Borderline-Erkrankung macht. Aber ich habe ja vorhin erzählt, also Trauma ist echt eine wichtige Ursache für Borderline, aber man entwickelt keine Borderline-Erkrankung, weil man eine Traumaerfahrung gemacht hat, sondern da kommen eben noch andere Sachen dazu. Und da kann es halt sein, da ist eine gewisse Verletzlichkeit des Gehirns da oder bestimmte zusätzliche biografische Erfahrungen, die da noch mit reinkommen. Und das zusammen, das macht dann eine Borderline-Erkrankung. Es entwickeln nicht alle Leute eine Borderline-Erkrankung, weil sie eine Gewalterfahrung in der Kindheit gemacht haben oder in der Kindheit adoptiert worden sind oder so. Das darf man sich jetzt nicht so eins zu eins vorstellen. Ja, und es gibt ja eine Diagnostik dazu. Also es gibt auch einen Leitfaden, weil man muss das ja auch erkennen, wann jemand Borderliner ist. Es gibt das DSM, das Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders. Kannst du da ein bisschen mehr drüber erklären, wie das abläuft? Also das ist das amerikanische Diagnosesystem, was du da jetzt gerade genannt hast. Es gibt zwei. Es gibt noch eins von der Weltgesundheitsorganisation, das heißt ICD. Das ist das, womit hier im deutschsprachigen Raum gearbeitet wird. Die sind aber eigentlich identisch. Und man muss sich das, also das ist eigentlich eine relativ simple Angelegenheit, wie heutzutage diagnostiziert wird. Weil bei Borderline ist es zum Beispiel so, es gibt neun Kriterien. Die sind festgelegt worden von Wissenschaftlern, von Forschern, von Praktikern. Und dann hat man festgelegt, wie viele dieser Kriterien erfüllt sein müssen, damit man offiziell von der Borderline-Erkrankung spricht. Und die haben gesagt, fünf von neun. Also es gibt neun Kriterien. Wenn du fünf davon hast, bingo, dann hast du eine Borderline-Erkrankung offiziell. Wenn du vier von diesen Kriterien hast, bist du offiziell gesund. Das ist ein schmaler Grat, ja. Etwas seltsame Geschichte. Oder es gibt neun Kriterien und fünf müssen erfüllt sein. Da gibt es jemanden, bei dem sind die ersten fünf erfüllt und bei jemandem sind die letzten fünf erfüllt. Die haben überhaupt nur ein Diagnose-Kriterium gemeinsam und haben offiziell dieselbe Erkrankung. Also das kann man alles schon sehr infrage stellen. Es gibt auch viele Leute, die das infrage stellen. Es gibt auch, es hat viel Protest gegen dieses System gegeben. Es hat ein Aufbäumen vor einigen Jahren dagegen gegeben. Forscher wollten ein anderes System und Praktika. Das hat sich nicht durchgesetzt. Wir arbeiten nach diesem System. Wir werden das auch die nächsten zehn, 15 Jahre wahrscheinlich noch tun. Also das ist heutzutage so, wie jetzt gerade im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Bordornein diagnostiziert wird. Jetzt so mal ein bisschen kurz aus der Lebenserfahrung habe ich noch eine Frage, die ist mir aufgefallen. Wir hatten das ja, glaube ich, im Vorgespräch, ich hatte das erwähnt, dass ich zehn Jahre in der Notfallmedizin aktiv gewesen bin. Und was mir aufgefallen ist, ist, das fehlte mir so ein bisschen vielleicht am Anfang, dass viele dieser Patienten, du hast es gesagt, also die traumatische Erfahrung so in den ersten Lebensjahren stattfindet. Bei der Altersgruppe der Erkrankten, gerade wenn es dann so vielleicht auch zum Erstansatz der Therapie kommt oder der erste Kontakt auch zu dir als Psychologe, wenn ich da so zurückdenke, waren viele der Patienten, die ich im Rettungswagen hatte, so in der Altersregion 14 bis 18 unterwegs. Wo man dann halt gesehen hat, dass sie sich körperliches Leid haben zugefügt. Ja, also zum Beispiel die Arme. Man kennt das, ja. So diese klassischen Bilder. Ist das auch dein Eindruck so, dass die Patienten sich in einer sehr jungen Altersregion bewegen? Also Borderline, das muss man sich so vorstellen, das kriegt man nicht irgendwann mal plötzlich sozusagen, sondern wenn man mit den Leuten spricht, die sagen oft, ich habe mich irgendwie immer schon anders gefühlt oder meine Eltern haben schon als Kind mit mir Probleme gehabt, dann sind die in die Erziehungsberatungsstelle gegangen. Oft ist es dann so, zum Beispiel mit 14 hat jemand den ersten Kontakt zum Hilfssystem. Da wird keine Borderline-Erkrankung diagnostiziert. Da ist vielleicht eine Depression oder irgendwie heftig mit Drogen oder eine Anorexie, also eine Essstörung, eine Magersucht zum Beispiel. So und dann kommen aber noch andere Sachen dazu. Dann hat jemand noch Suizidgedanken oder jemand entwickelt eine Panikstörung. Und bei Borderline ist es so, da ist so ein Wechsel von verschiedener Symptomatik da. Deshalb, wenn man den Betroffenen zum einen Zeitpunkt sieht, dann denkt man, ah, der hat eine Depression. Dann sieht man ihn drei Wochen später. Dann denkt man, ah, der hat eine Panikattacke. Dann sieht man den wieder sechs Wochen später und denkt, oh, vielleicht hat er ja sogar eine Psychose, weil der berichtet mir von irgendwelchen Halluzinationen, irgendwelchen Dingen, die überhaupt nicht da sind. Und in Wirklichkeit ist es eine Borderline-Erkrankung, wo diese ganzen verschiedenen Sachen so dazugehören. Aber oft dieses, wie du das beschrieben hast, dieses Auffallen mit 14, 15, 16, man darf da aber die Diagnose noch nicht stellen. Bei Borderline, das ist jetzt auch nicht irgendeine Easy-Diagnose. Da geht eine gewisse Stigmatisierung mit einher. Die Diagnose darf man offiziell nach dem 18. Lebensjahr erst stellen. Und dann kriegen Leute natürlich, dann heißt es halt nicht Borderline-Erkrankung, sondern eben, dann wird halt die Essstörung diagnostiziert oder vielleicht heißt es Verdacht auf Borderline oder so etwas. Und warum, du hast gerade was Spannendes gesagt, das fragen sich vielleicht jetzt auch die Zuschauer da draußen, warum darf man die erst nach dem 18. Lebensjahr stellen, diese Diagnose? Ja, da gibt es verschiedene Gründe für. Also ich finde das tatsächlich, ich finde das sehr berechtigt. Es wird im Moment aber darüber diskutiert, das aufzulösen. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass viel von dem, was Borderline-Betroffene erleben, relativ ähnlich ist zu dem, was man in einer sehr heftigen Pubertät erleben kann. In einer Pubertät ist das, kann das auch so sein. Ich bin in der Identität hin und her gerissen. Ich weiß überhaupt nicht, was will ich eigentlich, wen mag ich eigentlich, mit wem will ich eigentlich zusammen sein und so weiter. Meine Stimmung kippt womöglich schnell hin und her. Ich probiere alles Mögliche aus, vielleicht auch irgendwelchen Scheiß dabei, irgendwas, was ich besser nicht hätte machen sollen. Vielleicht habe ich sogar mal Suizidgedanken und denke, ach Mensch, wenn ich tot bin und alle stehen dann an meinem Grab und bedauern das, wie gemein sie mit mir umgegangen sind oder so. Das ist jetzt nicht so viel anders wie eine Borderline-Erkrankung. Deshalb glaube ich, dass es tatsächlich gut ist, da wirklich vorsichtig zu sein und nicht zu früh diese Diagnose zu stellen. In Amerika wird sie früher gestellt, da gibt man das eher auf. Hier hält man sich eigentlich eher noch an diese Regel, dass man es nicht so früh diagnostiziert. Genau das hat auch eben gerade ein Zuschauer gefragt, als Frage mit den Gefühlsschwankungen, wenn man in der Pubertät ist. Genau das, was du auch eben erklärt hast. War nämlich auch eine Frage tatsächlich. Ich habe auch viele, Andreas, ich habe auch viele Patienten erlebt, die so im Gespräch dann gesagt haben, in dieser kurzen, also das ist ja nur ein kurzer Moment in diesem Rettungswagen. Was sind das? 15 Minuten mit so einer Schnelldiagnose zu Hause. Das ist ja, kannst du ja nicht viel machen. Aber da hat man auch schon ganz oft dann erlebt, wenn man dann auch vielleicht was gesehen hat, irgendwelche alten Narben oder so, dass die mal gesagt haben, ja, ich habe das mal einen Moment ausprobiert oder ich wollte mal wissen, wie das ist. Hörst du das auch oft? Also dieses selbstverletzende Verhalten. Das selbstverletzende Verhalten kommt sehr oft vor bei Borderline-Betroffenen. Ungefähr die Hälfte der Leute verletzen sich selber. Und es kann durchaus auch sein, dass da am Anfang mal wie so ein bisschen experimentiert wird. Ja, aber der Grund für die Verletzung ist, dass da innen drin, was in mir ist, was unerträglich ist. Das ist kein Spielchen. Das ist kein, ich ritze mal mit dem Zirkel irgendwie rum oder so oder mal gucken, wann das Blut, ob da auch ein Tropfen Blut kommt oder so. Sondern man wird dem nur gerecht, wenn man versteht, da ist ein inneres Leid in einem drin, es fühlt sich innen drin fürchterlich unerträglich an. Und ich verletze mich selber, um diesen Zustand zu beenden. Das ist der Hauptgrund für Selbstverletzungen eigentlich. Und da ist auch oft nicht so viel Freiheit drin. Also ich kann nicht entscheiden, ach, heute lasse ich das mal bleiben mit der Selbstverletzung. Sondern die Not ist eben so fürchterlich und ich habe kein anderes Repertoire zur Verfügung. Und dann mache ich das eben. Ich schäme mich hinterher abgrundtief dafür. Ich habe mir hundertmal vorgenommen, das nicht wieder zu machen. Und jetzt habe ich es wieder gemacht. Also es ist einfach sehr, um die ganze Selbstverletzung drumherum, sehr leidvoll. Ich möchte mal zurückgehen auf den Leitfaden, wie man die Kriterien sagt. Du sagst auch, das ist ein schmaler Grad. Also du sagst fünf von neun und dann, wenn man vier hat, nicht. Die Sache ist die, was ist, wenn man alle neun? Gibt es das? Also wenn man alle neun Kriterien irgendwie, gab es schon mal so einen Fall? Und ist das dann schlimmer zu werten, als wenn einer nur fünf hat? Nee, es geht nicht um die Menge dieser Symptome. Es geht eher darum, wie heftig die sind. Also zum Beispiel eines von diesen Kriterien, da geht es um Wut. Ja, heftige, einschießende Wut, die ich nicht kontrollieren kann. So, und wenn die sehr heftig ist, dann mache ich natürlich Sachen, die einfach hochproblematisch sind. Ich schreie meinen Chef an und bin meinen Job los. Oder ich habe keine Beziehung, die länger als drei Tage hält, weil dann meine Wut da ist. Oder ich kenne überhaupt niemanden länger als ein halbes Jahr, weil ich es mir ganz schnell mit allen möglichen Leuten verscherze. Also das wäre eine Heftigkeit, die hat massive negative Folgen, die wird Folgekomplikationen mit sich bringen. Oder auch Selbstverletzungen. Es gibt sehr schwere Selbstverletzungen, die können tödlich enden. Es gibt auch sicherlich Borderline-Betroffene, da spricht man von einem Suizidversuch, den jemand gemacht hat und er verstirbt dann bei diesem vermeintlichen Suizidversuch. Und in Wirklichkeit hat es sich vielleicht um eine Selbstverletzung gehandelt. Und wenn ich richtig schwere Selbstverletzungen mache, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, das Leid, was dahinter steht und das bewirkt hat, das ist nochmal einfach besonders stark gewesen. Ja, aber ob jetzt da alle Kriterien erfüllt sind oder fünf oder sechs, das ist eigentlich nicht so relevant. Und was vielleicht für die Zuschauer, damit die das vielleicht ein bisschen verstehen, kann man das mal so grob abreißen? Was sind das für Kriterien, die du dort als Psychologe, als Fachmann dann abbrüßt? Was gehst du da ab? Also ich arbeite mit einem Modell, das ist jetzt aber nicht dieses Diagnose-System, wie wir da gerade geredet haben, aber das ist, glaube ich, ganz gut, um besser zu verstehen, was das eigentlich ist. Ich stelle mir das wie ein Eisberg vor und so sage ich das meinen Klienten auch. Wir kennen das obere Teil vom Eisberg, das ist eigentlich nicht das große Problem, weil den sieht man, größerer Teil vom Eisberg ist unten drunter, ist problematisch, weil der ist unsichtbar. Und bei Borderline gibt es sichtbare Sachen. Das ist das, wo man auch im Gespräch, wenn es um Borderline geht, schnell drüber redet. Zum Beispiel die Selbstverletzung. Das ist oberer Teil vom Eisberg. Selbstverletzung oder Wutausbrüche oder Beziehungsabbrüche oder andere selbstschädigende Verhaltensweisen. Und schnell denkt man, das ist Borderline. Aber in Wirklichkeit gibt es was unten drunter, was diese sichtbaren Symptome sozusagen erst bewirkt, was die Ursache davon ist. Und das ist zum Beispiel ein ganz tiefes Gefühl von Leere, von mich selber überhaupt nicht spüren, von nicht wissen, wer bin ich eigentlich, von mich innen drin sehr haltlos fühlen, ein Erleben von Grauen, von Unverbundenheit, Leere, Isolation, heftigste Gefühle, die sehr schnell wechseln und die irgendwann nur noch zu einem Empfinden von Anspannung und Druck werden. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, ich bin traurig oder ich schäme mich oder so, sondern es ist nur noch Druck und Anspannung da. Und das ist eigentlich Borderline. Und in diesem Diagnosesystem, da wird der obere Teil vom Eisberg und der untere Teil vom Eisberg, das wird meiner Meinung nach komplett durcheinander geworfen. Da sind einige Diagnosekriterien, die beschreiben den oberen Teil vom Eisberg, also die Bewältigungsversuche. Und dann gibt es andere, die beschreiben den unteren Teil vom Eisberg, also die eigentliche Problematik. Aber über die eigentliche Problematik, zum Beispiel ein Empfinden von Leere oder ein Empfinden von Grauen, ist es viel schwieriger zu sprechen, als jetzt zum Beispiel über eine Selbstverletzung. Deshalb ist leider oft auch eben, dann wird zum Beispiel Borderline gleichgesetzt mit Selbstverletzung. Und dann gibt es einen Klienten da, der verletzt sich plötzlich nicht mehr selber, aber es ist eben überhaupt nicht so, dass er keine Borderline-Erkrankung mehr hat. Der macht vielleicht etwas anderes dann, um dieses unerträgliche Gefühl loszuwerden. Und deshalb ist das so, was in der Öffentlichkeit oft so diskutiert wird, eben zum Beispiel das mit den Selbstverletzungen, das ist eigentlich sogar ein bisschen problematisch, weil man Borderline nicht versteht, wenn man sich sagt, das sind doch die, die sich selber verletzen. Sondern man wird Borderline verstehen, wenn man sich fragt, warum verletzen die sich denn? Was ist denn das da unten drunter? Und das muss man erst mal kapieren. Das ist aber auch bei vielen psychologischen Erkrankungen so, wenn man dem Volksmund so ein bisschen zuhört. Wenn man selbst so ein bisschen in der Medizin tätig war und wenn man mal so bei Oma am Tisch sitzt am Sonntag, weißt du, und wenn die dann wieder irgendwie so erzählt von, was weiß ich, irgendwie was aus der Umgebung erzählt, dann wird halt immer das, was man sieht, das wird beurteilt. Und da heißt es ja, der hat ja die und die Erkrankung. Aber da fehlt das Verständnis, dass das eine intensive Arbeit ist, da auch mal zu schauen, was ist denn da früher oder posttraumatisch passiert? Und wie ist es dazu gekommen? Kann das vielleicht auch der schwere Verkehrsunfall mit Fatih damals gewesen sein? Oder was auch immer. Das ist ja oft so, oder? Ich finde, dass ich in der Redaktion, mit der Redakteurin, die auch dieses Thema ausgearbeitet hat, vielen Dank nochmal, habe ich auch mit ihr gesprochen, habe gesagt, da steckt viel mehr dahinter. Und viele tun das einfach nur abwickeln auf diese Selbstverletzung. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter, was auch die Auswirkung hat. Ja, und das ist eben das, worum es eigentlich geht, dass dieses Verständnis dafür, warum jemand das macht, dass das nachvollziehbar wird. Weil sonst sind die Borderline-Betroffenen Aliens. Wie kann das sein, dass man sich selber verletzt und, was weiß ich, sogar bis auf den Knochen schneidet? Weil das machen manche Borderline-Betroffene tatsächlich. Das ist für jemanden, für die meisten Leute, ist das nicht einfühlbar. Das klingt verrückt. Und dann geht das mit der Stigmatisierung los. Weil dann ist die Idee, die sind anders als wir. Das blanker Unfug. Die sind nicht anders. Die Borderline-Betroffenen haben etwas in einer starken Ausprägung, was wir alle in einer milden Ausprägung auch kennen, was wir in der Pubertät erlebt haben. Manche Sachen, die Borderline-Betroffenen haben, haben wir in der frühen Kindheit erlebt, was wir in eigenen emotionalen Hochstress-Situationen erleben. Weil dann sind wir nämlich vielleicht auch schneller an unserer Wut dran als normalerweise. Das ist alles einfühlbar. Das ist alles einfühlbar, nachvollziehbar. Das ist logisch. Das folgt einer inneren Logik. Nur man muss diese Sprache halt verstehen. Und das ist ein bisschen komplizierter. Und ich habe da selber auch ganz schön lange gebraucht. Und im Studium habe ich das nicht kapiert. Weil das uns, da haben wir die Diagnose-Kriterien gelernt. Abgearbeitet, ja. Abgearbeitet. Also da lernst du die Diagnose-Kriterien für eine Prüfung auswendig. Da hast du nichts vom inneren Erleben verstanden. Und dann denkst du dir nur, also das sind aber echt ganz schön schräge Leute. Es dauert auch, das zu verstehen. Du sagst gerade was. Das ist bei mir so ein kleiner Backflash gerade ausgelöst. Ich hatte eine Situation, an die kann ich mich sehr wohl erinnern. Da ging es darum, dass ein Patient, es ist nicht passiert, aber es ging darum, dass ein Patient in suizidaler Absicht von einem Balkon springen wollte. Und wir standen dann da unten, die Feuerwehr kam, kennst du wahrscheinlich das ganze Prozedere, da versucht man vorzubereiten. Und ich habe unten immer wieder gehört, dass einige Kollegen gesagt haben, aus diesem Rettungseinsatz, der schreit nur nach Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, wenn der wollte, wäre der schon längst gesprungen. Das wurde unten im Kollegium leise immer wieder geflüstert. Und dann im Rahmen dieses Einsatzes kam dann irgendwann der betreuende, ich glaube, das war der betreuende Psychologe. Ich bin mir da sehr sicher. Und der hat gesagt, dieser Patient hat sich noch nie selbst verletzt, ist aber borderline erkrankt. Und das, wo du das gerade erzählt hast, der hatte sich auch, mir fiel gerade diese Aussage ein, wie er gesagt hat, hat sich noch nie selbst verletzt, aber er ist borderline erkrankt. Und da haben auch ganz viele geguckt, sogar viele Kollegen aus der Notfallmedizin gesagt haben, ja, aber das sind doch die, die immer, weißt, was ich meine. Und das war so ein, ich fand das sehr spannend, was du gerade gesagt hast, weil das hat so eine kleine Erinnerung ausgelöst. Der stand halt wirklich dort und wollte in suizidaler Absicht da irgendwie, ja, am Ende des Tages ist nichts passiert, er hat es nicht gemacht. Aber es ist sehr spannend, ja. Und weil er ist da halt nicht zum Unterhaltungsprogramm auf den Balkon, sondern es ist etwas fürchterliches innen drin gewesen. Und ich erlebe das auch unter Fachleuten oft, diese, zum Beispiel gibt es bei vielen Fachleuten eine negative Haltung Borderline-Klienten gegen, ja, also zum Beispiel Chirurgen, weil die Borderline-Klienten verletzen sich selber. Wenn die Verletzung heftig ist, müssen sie in die chirurgische Notfallambulanz, so, da werden sie wieder zusammengenäht und der Chirurg ist wirklich nicht freundlich zu denen. Der sagt, sie waren doch letzte Woche auch schon da, da habe ich sie doch schon mal zusammengenäht, jetzt kommen sie schon wieder, jetzt hören sie mal endlich mit dem Scheiß auf oder irgendwie so etwas. Leider auch, kann ich dir sagen, auch im Rettungsdienst sehr oft erlebt, dass das Rettungsdienst, weniger muss ich sagen, das ist jetzt, ich will jetzt keinen Beruf schützen oder so, also weniger, dass es aber von den Rettungsdiensten selbst war, vielmehr ganz oft von Notärzten, dass die gesagt haben, so, jetzt komme ich hier für, also wirklich im Kollegium gesagt haben, jetzt muss ich hier für so ein Killefitz raus, ja. Woanders ist jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, ne, eine Reanimation, da würde ich viel, also dieser Ansatz, den du da gerade schilderst, ist, es ist, ja, es ist traurig, ne, es macht sich, also dieses Unverständnis vielleicht auch für diese Erkrankung ist nicht nur irgendwie beim Volksmund so, sondern auch im Fachkollegium, ja, das ist was man sagt. Und die Folgen für die Borderline-Betroffene, die sind natürlich heftig, ne, zum Beispiel, wenn Borderline-Betroffene Psychotherapeuten suchen, was die sich da manchmal anhören müssen, ja, also bis hinzu, ich will mit diesen Borderlinern nichts zu tun haben, oder, ne, ja, das ist fachlich alles nicht, es ist fachlich alles nicht haltbar, das ist eigentlich einfach nur eine Stigmatisierung, aber das hat natürlich wieder massive negative Folgen für den Borderline-Betroffenen, weil zum Beispiel fast alle Borderline-Betroffenen haben einen total wackeligen Selbstwert, die innen drin, das Empfinden ist, also jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert, das Empfinden ist, ich bin eigentlich ein Stück Dreck, ja, eigentlich gar kein Recht, auf dieser Welt zu sein, oder ich habe gar kein Recht, irgendwas für mich in Anspruch zu nehmen, oder so. Sich total minderwertig schlecht zu fühlen, zutiefst beschämt zu sein, oft auch, da geht dann der Selbsthass nachher draus hervor, der dann zum Beispiel zu den Selbstverletzungen führt, ne, so, und dann hat der Betroffene das sowieso schon, und wenn dann noch die negative Zuschreibung von außen kommt, ne, dann verstärkt sich das ja alles nur noch. Und das ist zum Beispiel auch im Netz zu finden. Also es gibt im Netz auch viel richtig Schrott über Borderline-Troffen. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Menge Seiten, die sind eigentlich von Borderline-Angehörigen oder ehemaligen Partnern, die haben natürlich schlechte Erfahrungen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner gemacht, da sind wirklich blöde Sachen gelaufen und so, ja, aber dann wird da manchmal die Wut rausgekotzt und ins Netz gestellt, ja, und irgendjemand anders findet das dann ja und liest das, ja, der Borderline-Betroffene selber oder irgendein anderer Angehöriger oder so, und da ist echt nichts mit gewonnen, das schafft echt alles nur Leid. Viele im Chat schreiben auch gerade, das Unverständnis von den Leuten, wenn man sich Hilfe sucht oder generell das auch anspricht, ist das Schlimmste, sagen viele im Chat zumindest. Ja, ja, ja. Also, dass Leute einen einfach nicht verstehen, ja, was ihnen ein Problem geht. Und da müssen die Profis uns auch echt an die eigene Nase fassen, weil da läuft eine Stigmatisierung auch von professioneller Seite. In der Bevölkerung, ich erlebe gar nicht so viel Stigmatisierung gegenüber Borderline-Betroffenen. Das ist anders als jetzt mal in der Schizophrenie. Da gibt es eine gesellschaftliche Stigmatisierung. Bei Borderline erlebe ich das nicht so. Aber bei Fachleuten oft ganz schön viel. Jetzt auch nicht, weil das jetzt irgendwie böse Leute sind oder so, sondern die haben auch wiederum, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, die waren selber überfordert, die haben in Settings gearbeitet, in denen sie den Klienten nicht wirklich helfen konnten. Ich habe das selber auch mal erlebt. Und dann kommt einfach diese negative Haltung zustande und irgendwann mal diese Haltung, ich habe keinen Bock auf Borderline-Klienten und lass mich doch in Ruhe mit denen. Aber dann potenziert sich dieser Selbsthass, diese Selbstverurteilung, diese Scham, die ist dann innen drin und von außen wird sie halt auch nochmal gefüttert. Und vielleicht, wenn wir nochmal auf das selbstverletzende Verhalten zurückgehen, wenn man vielleicht nicht verstanden wird, wenn man Hilfe sucht und man wird nicht verstanden, ist vielleicht auch das Selbstverletzende dann vielleicht ein Hilfeschrei? Dass man dann sagt, hey, ich möchte die Aufmerksamkeit, verstehe mich doch endlich. Also vielleicht die Frage nochmal spezifiziert, was mich dabei interessieren würde, ist, es gibt ja den Volksmund, der oft sagt, der Ritzer, jetzt mal dieses böse Wort, der Ritzer, der ritzt sich, weil er schreit nach Aufmerksamkeit, der andere sagt wiederum, er tut es, weil nach dem Leid, was er innerlich fühlt, kommt der Endomorphina-Ausstoß und dann geht es ihm ein bisschen besser. Wie siehst du das als Fachmann? Kann man das klassifizieren? Das muss man sich halt genauer angucken, weil es gibt einfach verschiedene Gründe für die Selbstverletzung. Und meine Erfahrung ist, die meisten Gründe haben nichts mit den anderen zu tun. Also ich verletze mich, weil ich will, dass der andere sich so und so verhält, dass der verständnisvoller ist oder so etwas, sondern die meisten Gründe, da geht es ums Innere Erleben. Also da geht es darum, eine Spannung loszuwerden oder ein Selbsthass entlädt sich oder ich spüre mich überhaupt nicht mehr und die Selbstverletzung ist einfach die beste Möglichkeit, die es überhaupt gibt, um diese fürchterlichen Zustände zu verändern. So, dann kann es aber auch sein, dass ich irgendwann mal gelernt habe, oh, wenn ich mich selber verletze, dann passiert ja was im Außen, dann reagieren die Leute. Da bin ich zum Beispiel auf einer, jetzt nehme ich mal einen Extremfall, auf einer psychiatrischen Akutstation und da ist nicht nur eine Borderline-Betroffene, sondern da sind vielleicht gerade drei Borderline-Betroffene und die Mitarbeiter haben keine Zeit. Und irgendwann lerne ich, oh, wenn ich tiefer schneide als die anderen beiden, dann haben die auf einmal Zeit. Dann ist auf einmal jemand für mich da. Dann hört auf einmal jemand zu. So, und das macht natürlich was mit mir. Nur das ist eher wie so ein sekundärer Prozess. Ich glaube, der primäre Prozess ist bei den allermeisten Leuten dieses, es fühlt sich innen drin fürchterlich an und die Selbstvernetzung ist die beste Möglichkeit, die ich habe, um diesen fürchterlichen Zustand zu beenden. Wie oft hast du da aus Erfahrung, bleibt es denn bei Androhungen für, auch wenn man sich selbst verletzt, manche drohen das ja auch nur an, dass ich mich jetzt, also ich ritze mich jetzt, ich will die, oder ich habe Suizidgedanken, ich springe mich um. Bleibt es denn bei diesen Androhungen oder sind doch die Selbstverletzungen sehr oft dann zu sehen und vielleicht auch die Suizidfälle, sind die sehr hoch bei Borderlinern? Oder wie hast du das in deiner Laufbahn jetzt mitbekommen? Also zum Beispiel die Suizidhäufigkeit bei Borderline ist etwa 7%. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. Also 7% bedeutet, von 100 Betroffenen, die irgendwann mal die Diagnose Borderline gekriegt haben, versterben 7% aufgrund eines Suizidversuchs. Die Wahrscheinlichkeit für Borderline, man weiß das nicht so ganz genau, also ist etwa 1,5%. Ja, dann haben wir in Deutschland vielleicht 1,2 Millionen Menschen, so 7% davon, das sind 100.000 Menschen, oder? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Versterben im Laufe ihres Lebens an einem Suizidversuch, den sie in der Folge von einer Borderline-Erkrankung machen. Das ist natürlich schon ganz schön viel. Aber bei anderen psychischen Erkrankungen ist die Häufigkeit teilweise noch höher. Also zum Beispiel bei der Depression sind es etwa 10%. Bei den Psychosen sind es etwa 10%. Also bei Borderline ist Selbstverletzung und Suizid, auch Suizidandrohung, ein sehr zentrales Thema. Mit dem ist man ständig beschäftigt. Aber es ist eben nicht so, dass jetzt die Borderline-Betroffenen sich jetzt irgendwie viel häufiger umbringen würden, als jetzt andere Menschen mit psychischen Schwierigkeiten das tun. Nur, versteht mich nicht falsch, ich will das jetzt nicht bagatellisieren, weil 7%, ich meine, jeder Einzelne ist eine Katastrophe, oder? Was ist das für eine Riesengruppe, die da am Suizid dann verstirbt? Wir hatten das heute schon in der Sendung, du hast das auch so ein bisschen erwähnt, um auch von dem Bild wegzukommen. Also der Borderliner ist nicht immer nur irgendwie der, der sich da ritzt, ja, oder sich selbst gleichzufügt. Was gibt es für verschiedene Ausmaße von Borderline? Was hast du da so in deiner Zeit als Psychologe gehabt an Fällen, Patienten? Ja, es gibt alle möglichen Ausprägungen. Also sehr viele Borderline-Betroffene kommen sicherlich außer in Krisensituationen mit ihrem Leben und ihrem Alltag alles in allem doch relativ gut zurecht. Also die studieren, die machen eine Ausbildung, die arbeiten. Die Partnerschaft ist oft eher instabil. Also da kann es nicht jetzt das Übliche, dass es jetzt eine ganz lange Beziehung gibt oder so. Liegt das vielleicht auch am Verständnis auf der anderen Seite, nicht damit umgehen zu können? Also am Partner, weißt du, auf der anderen Seite, dass der Partner vielleicht da nicht das Verständnis für die Krankheit auch so hat? Ist das schwierig für den Gegenüber? Ich glaube nicht in erster Linie. Ich glaube, es ist tatsächlich, also das, das was für den Borderline-Betroffenen selber schwierig ist, wird der Partner schon sehr mit hineingezogen. Also zum Beispiel, wenn du mit einem Borderline-Partner zusammen bist, du weißt nie, wie die Stimmung am nächsten Morgen ist. Du kannst gut im Kontakt sein, du kannst dich sehr verbunden fühlen miteinander, du kannst einen schönen Abend gehabt haben und am nächsten Morgen ist absolute Katastrophe. Und nur noch Weltuntergangsstimmung und man wird beschimpft, der Betroffene will mit einem nichts zu tun haben oder so. Und das kann dann aber drei Stunden später schon wieder komplett anders sein und man macht einen netten Ausflug miteinander oder so. Und wenn das jetzt nicht zwischendurch mal ist, sondern sehr oft ist und gerade in den sehr aktiven Lebensphasen von Borderline, da ist es auch sehr viel, dann wird es einfach extrem anstrengend. Es ist für den Betroffenen extrem anstrengend, aber für die Menschen, die nah dran sind, ist es halt einfach auch extrem anstrengend. Wir haben ganz viele Zuschauerfragen tatsächlich, weil das ist gerade eine sehr gute... Ja, nur zu, nur zu. Auch zu diesem Punkt hier als Partner. Wie sollte man als Partner am besten da dran gehen? Und vielleicht auch, also wenn man das merkt, was ist die beste Herangehensweise? Weil manche fühlen sich dann natürlich auch überfordert, ja? Und dann kommt es vielleicht auch zu diesen kurzlebigen Beziehungen, die dann vielleicht auch, weil der Partner vielleicht auch nicht mehr kann. Und dann geht man auseinander. Wie sollte man sich als Partner verhalten? Also das ist schon echt eine Sache, da könnte man jetzt eine ganze Sendung drüber machen. Also der Partner, der sollte möglichst liebevoll bleiben und möglichst gut abgegrenzt sein. Und das ist ganz schön schwierig. Da muss man schon ganz schön gut in sich selber ruhen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Partnerin total im Drama drin ist, dass man dann zum Beispiel sagen kann, du, ich kriege mit, dir geht es nicht gut, aber ich lasse mich da jetzt nicht hineinziehen. Und du hast mich jetzt hier ein paar Mal angemault und sogar angeschrien. Und lass uns jetzt mal einen halben Tag auseinander gehen. Nicht, dass das hier noch schlimmer wird. Also das muss man erst mal hinkriegen, sondern die Gefahr ist total groß, dass das halt eskaliert und dass sich das so zusammen aufbaut. Ich spreche immer von liebevoller Klarheit. Also eine wohlwollende Haltung dem anderen gegenüber beizubehalten und gleichzeitig klar zu sein. Und diese Klarheit, die verlieren wir oft. Man wird schnell verstrickt. Man versteht selber nicht mehr, was sollte ich denn jetzt machen? Was ist denn da jetzt? Ist es tatsächlich so dramatisch, wie der andere das erlebt? Oder ist es nur eine Innenperspektive? Es gibt ein sehr gutes Buch dazu. Schluss mit dem Eiertanz heißt das. Das kann ich wirklich allen Angehörigen empfehlen. Da gibt es Infos. Das ist von einem amerikanischen Autorenpaar. Da gibt es Infos über Borderline, aber ganz viel auch über dieses, wie verhalte ich mich denn eigentlich sinnvoll. Und der Titel Schluss mit dem Eiertanz, der passt sehr gut, weil viele Borderline-Angehörige fühlen sich wie bei einem Eiertanz. Also das meint, ich kann es nicht richtig machen. Ich kann auf den Eiern nicht tanzen. Also egal, wie ich es mache. Es ist ein Drama. Es ist eine Katastrophe. Es endet in Chaos. Und das betrifft nicht nur jetzt irgendwie den Partner oder so. Ich kenne auch Borderline-Angehörigengruppen. Da kommen WG-Mitbewohner. Die sind jetzt noch nicht mal in einem freundschaftlichen, in einem wirklich richtig, das sind jetzt nicht gute Freunde, das ist jetzt nicht der Partner oder so. Aber ich kann so in diese Dynamik mit hineingeraten als WG-Mitbewohner, dass ich dann sogar bereit bin, in die Borderline-Angehörigengruppe zu gehen, weil ich händeringend nach irgendwelchen Ideen suche, wie ich mich da eigentlich verhalten kann. Wir haben auch einen Chatbefehl mit Büchern. Ich glaube, Schluss mit dem Eier-Tanz ist nicht dabei. Aber Ausrufezeichen Bücher, Leute, da könnt ihr euch auch noch mal dort informieren. Ausrufezeichen Borderline, da gibt es noch verschiedene Seiten, wo ihr auch noch mal reinlesen könnt. Und für unseren Gast Ausrufezeichen A-Knuff, da könnt ihr euch auch gerne noch weiter informieren. Da gibt es auch noch Bücher von Andreas hier. Was mich auch noch interessieren würde, Andreas, ist das vielleicht auch, das nach außen von Mann zu Frau auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich, diese Auswirkung? Gibt es da Differenzen, dass vielleicht eine Frau eher dann, wie gesagt, sich vielleicht auch verletzt und der Mann vielleicht eher die Wut nach draußen rauskriegt? Gibt es das? Das ist das Typische. Es heißt immer, in den Gefängnissen sind viele Borderline betroffen. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Da müsste man dann mal die Studien genau sich angucken. Aber es ist genau das, was du da vorhin beschrieben hast. Die Aggression, die Wut, der Hass, der Selbsthass richtet sich bei vielen Frauen eher nach innen. Das ist dann die Selbstverletzung. Und bei vielen Männern eher nach außen. Das ist dann die Aggression nach außen. Dann komme ich irgendwann mal mit dem Gesetz, mit der Justiz in Kontakt. Und man weiß auch, dass die Suchtproblematik bei den Männern stärker ist. Also man könnte jetzt zum Beispiel die These haben, dass zum Beispiel eine Borderline-Betroffene eher auf einer klassischen Borderline-Station landet, wenn es eine akute Krisensituation gibt und ein Borderline-Betroffener Mann unter Umständen eher in einer Suchtklinik ist, weil die Suchtproblematik so stark ist oder der Drogenkonsum oder so. Ich korrigiere übrigens, das Buch ist doch mit aufgelistet. Das ist das vorletzte Buch in der Reihe im Chat, Leute. Einfach draufklicken. Du hast was Spannendes gesagt. Das hatte ich eben im Chat gelesen und das war mir auch noch so ein bisschen bekannt aus der damaligen Zeit im Beruf, aber ich wollte es nicht sagen, du bist da der Fachmann. Wir haben das heute sehr oft so ein bisschen zwischen den Zeilen herausgehört. Du hast es aber gerade noch mal sehr schön gesagt, also Borderline für die Leute da draußen, dass man das greifen kann, kann auch die Sucht nach etwas ganz anderem sein. Also nicht nach der Selbstverletzung, sondern man kann vielleicht auch jemanden haben, der das irgendwie alles mit Alkohol erdrückt. Aber dennoch Borderline erkrankt ist. Und da hilft dann eben dieses Eisbergmodell wieder. Da ist einfach nur, im oberen Teil vom Eisberg ist irgendwas anders. Und der eine nutzt halt die Selbstverletzung, um das Gefühl zu regulieren. Und der andere nutzt die Drogen dazu. Und der dritte nutzt Workaholic, total viel arbeiten. Der vierte bringt sich in einen Dauerstress hinein, wo er von morgens bis abends beschäftigt ist und keine Minute Pause hat zwischendrin. Alles Mögliche. Und nach außen sieht es anders aus, aber in Wirklichkeit ist es genau immer wieder die gleiche Dynamik, die da steht. Da wären wir wie bei Oma am Sonntagsticht. Da habe ich immer versucht zu erklären, wenn die Oma gesagt hat, er hat ein Suchtproblem, er trinkt so viel. Wie gesagt, nee Oma, der hat eigentlich kein Suchtproblem, der hat ein anderes Problem. Man müsste mal forschen, warum er trinkt, oder warum er das erdrückt. Das ist sehr, sehr spannend. Aber du hattest eben was mit dem WG-Bewohner gesagt, also mit dem nicht direkt Angehörigen. Vielleicht, um da wieder so ein bisschen in diese Richtung zu kommen. Wenn ich jetzt sehe oder vermute, dass jemand erkrankt ist, für die meisten Menschen ist, wenn wir von Borderline reden, das haben wir heute gehört, diese typische Verletzung. Für den Mediziner, für den Fachmann, für dich ist es nicht das Typische, aber es gehört vielleicht bei dem einen oder anderen Patienten mit dazu. Aber wenn ich sowas als Angehöriger oder als Mitbewohner, wenn ich sowas sehe oder entdecke, wie gehe ich am besten damit um? Wie gehe ich mit dem Gegenüber um? Oder wie kann ich vielleicht, kann ich überhaupt helfen? Sollte ich das tun? Du sagst jetzt, wenn jemand sich selber verletzt zum Beispiel. Genau, wenn ich das sehe, wenn ich der Mitbewohner bin und ich entdecke bei meinem Mitbewohner, da stimmt irgendwas nicht. Weißt du, da ist irgendwas. Wie gehe ich auf ihn zu oder hole ich extern Hilfe dazu? Was wäre der richtige Weg? Liebevolle Klarheit. Sprich ihn offen darauf an. Sag, was dir aufgefallen ist. Sag, dass du ihn gerne unterstützen möchtest, dass es ihm besser geht. Und ich meine, das Erste ist immer klar, Borderline geht nicht von alleine weg. Also da kann man nicht warten. Das hat man früher gedacht, Aging out, das altert sich irgendwie, wie eine Pubertät, altert sich das irgendwann mal aus. Nee, denkst du, so ist es nicht. Borderline geht nicht von alleine weg. Borderline braucht eine Unterstützung. Deshalb ist die Empfehlung total klar, hol dir Hilfe. Hol dir eine Unterstützung. Und dann kommt es halt darauf an, dass die Betroffenen sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die allermeisten holen sich gerne Hilfe, weil sie merken, es ist fürchterlich für mich, es ist unerträglich für mich. Und ich erfahre eine Erleichterung, wenn ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann und von dem auch noch Anregungen bekomme. Dann gibt es eine andere, deutlich kleinere Gruppe, die weigert sich total, sich mit Borderline zu beschäftigen. Also ich würde dann vielleicht reagieren, ich lasse mich doch von dir hier nicht so diagnostizieren oder so. Ich habe das nicht, du spinnst doch selber oder irgendwie so etwas. Aber das ist die deutlich kleinere Gruppe. Weil die meisten sind eigentlich froh um eine Unterstützung. Ja und sagen wir mal, ich habe jetzt niemanden, ich wohne auch alleine, ich bin auch alleine und habe wirklich niemanden. Und ich merke das aber an mir. Gibt es irgendwelche Sachen, sollte ich direkt, wo sollte ich mich dran hinwenden, was sollte ich tun? Gibt es persönliche Strategien vielleicht auch, wie ich mich davon, weißt du, von dem Gefühl lösen kann, dass ich jetzt vielleicht irgendwas Dummes machen möchte? Ja, kannst du gerne nochmal zeigen, bitte? Zeig es nochmal. Zeig gerne nochmal das Buch. Ja, also natürlich, es gibt ganz viel Selbsthilfestrategien. Nur, also ich meine, so toll ich das finde, wenn jemand das Buch kauft, Borderline geht nicht weg durch Selbsthilfe. Das muss man ganz klar sagen. Selbsthilfe ist eine Unterstützung. Jeder, der glaubt, ich kriege das irgendwie selber in den Griff. Ich werde mich da jetzt einfach mehr zusammenreißen und dann werde ich das mit den Selbstverletzungen schon nicht mehr machen oder was es dann jeweils ist. Dem würde ich sagen, forget it. Das funktioniert so nicht. Du brauchst einfach eine Unterstützung. Und natürlich, man kann ganz viele Strategien lernen. Zum Beispiel, wenn sich jemand selber verletzt, das Blöde ist, zum Beispiel, die Narben, die dadurch entstehen, gehen nie wieder weg. das ganze weitere Leben. Jeden Sommer bin ich mit der Frage konfrontiert, traue ich mich kurzärmlich auf die Straße zu gehen, in einer Partnerschaft, beim Thema Sexualität. Immer ist es da, weil die Narben so sichtbar sind. Deshalb ist es gut, alles, was man tun kann, zu tun, damit es möglichst wenig Selbstverletzungen gibt. Das ist einfach so. Und da sind eine ganze Reihe Strategien entwickelt worden. Zum Beispiel, vielen Betroffenen helfen sehr starke Sinnesreize. Man nennt das Notfallskills. Starke Sinnesreize wären, da kaut jemand Wasabi oder Chilischoten oder jemand hat Cold Packs oder Wärmepflaster oder einen Igelball oder sehr laute Musik oder ist ein Riesenrepertoire, ist da so im Laufe der Jahre auch von den Betroffenen selber zusammengetragen worden. Das sind Sachen in der akuten Situation, wo ich denke, mein Gott, jetzt kommt es gleich wieder dazu, dass ich mir den Arm aufschneide. Was kann ich jetzt machen? Aber das lernen Borderline-Betroffene normalerweise, wenn sie sich Hilfe holen, ziemlich schnell. Das ist, ja, das findet im ersten stationären Aufenthalt oder in der ersten ambulanten Therapie findet das eigentlich schon statt. Und was hältst du von dem Spruch? Es gibt anscheinend einen bekannten Spruch, der oft auch verwendet wird. Borderline ist nicht heilbar. Man kann nur lernen, damit zu leben. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Das stimmt einfach nicht. Ich habe das auch noch gelernt. Uns hat man im Studium, ich habe im Studium noch gelernt, bei Borderline, da können Sie, hat man uns jungen Psychologiestudenten beigebracht, da können Sie froh sein, wenn es nicht noch schlimmer wird. Okay. Man hat lange den Borderline-Betroffenen nicht helfen können, aber nicht, weil den Borderline-Betroffenen nicht zu helfen ist, sondern weil die Techniken nicht vorhanden waren. Und heute haben wir die Techniken und es gibt eine ganze Reihe Studien, die zeigen das auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt mein ganzes Leben mit diesem unteren Teil vom Eisberg rumlaufen muss. Also dieser Spruch, man kann nur lernen, damit zu leben, das wäre ja wie der oberer Teil vom Eisberg. Man macht da irgendwas, dass es halt nicht zu der Selbstverletzung kommt. Und damit muss man sich dann halt abfinden, dass das unerträgliche Gefühl immer noch da ist. Aber nee, auch der untere Teil vom Eisberg, der kann anders werden. Also ich kenne eine ganze Reihe von Borderline-Betroffenen, also die diese Diagnose mal gekriegt haben, die jetzt sagen würden, Borderline spielt in meinem Leben keine große Rolle mehr. Ich komme im Leben gut zurecht. Ich bin vielleicht schneller in bestimmten heftigen Gefühlen als viele andere. Ich habe einfach eine stärkere Emotionalität als andere oder ich bin irgendwie dünnhäutiger oder ich fühle mich sehr schnell verlassen oder so. So was. Aber nicht in dem Sinne, dass das jetzt mein Leben beherrscht und total leidvoll für mich ist, sondern eher in dem Sinne einer, ja, von individueller Unterschiedlichkeit, die wir Menschen halt haben. Ja. Habe ich auch einige Menschen kennengelernt, die genauso wie du jetzt gerade beschrieben diese Erkrankung hatten. Und da hat man sozusagen auch das Posttraumatische, würde ich mal sagen, aufgearbeitet und die hatten das, die sind emotional vielleicht ein bisschen schneller angegriffen, aber die leben sehr gut und machen auch keine typischen Krankheitsdinge mehr, die der Krankheit zuzuschreiben sind. Ja. Also das habe ich auch so kennengelernt. Das heißt, die Erfolgschancen einer solchen Therapie sind auf jeden Fall gegeben. Also Patienten kann bei Diagnosestellung, wenn man sagt, das ist die Erkrankung, kann man diesen Patienten helfen. Ja, aber jetzt sage ich ja, aber. Ja. Weil es braucht bestimmte Bedingungen dafür. Und die Bedingung ist vor allen Dingen, es geht eigentlich darum, eine gute Psychotherapie zu finden. Es gibt keine Medikamente, die gegen Borderline wirken. Eine gute Psychotherapie zu finden und sich dort auf einen längeren Prozess einzulassen. Borderline ist nicht wie Panikattacken, wo ich 15 Stunden zum Psychotherapeuten gehe und dann tauchen die Panikattacken entweder gar nicht mehr auf oder ich kann gut damit umgehen. Borderline ist eine schwerwiegende Erkrankung, ist eine Erkrankung, die in der Regel recht früh beginnt, die die ganze Persönlichkeit auch betrifft. Das ist nicht einfach nur irgendeine Eigenschaft oder so, die nicht durch irgendeine schnelle Zauberei weggeht. Also wenn man das irgendwo liest, ja, was weiß ich, Hypnose gegen Borderline oder so, das kann man alles vergessen. Aber wenn man einen Therapeuten findet, wo man wirklich andockt und sich da auf einen längeren Prozess einlässt und das ist oft nicht einfach, da wird es auch Phasen geben, wo man keinen Bock mehr hat und wo der einen nervt und wo man abbrechen will. Und der Therapeut wird auch zwischendurch genervt sein, weil die Borderline Klientin nämlich nicht immer kuschelig nett ist oder so, sondern auch ganz schön Drama machen kann und so. Aber wenn die beiden, wenn die so ein Team, so ein Tandem bleiben und miteinander ringen und das eine längere Zeit machen, dann ist die Chance auf eine Genesung ziemlich hoch und jetzt kommt noch eine Einschränkung und der Therapeut sollte sich mit Borderline gut auskennen. Also nicht zu irgendjemandem gehen, sondern genau nachfragen, wie viel Erfahrung haben sie schon mit Borderline, haben sie eine Borderline Zusatzqualifikation gemacht, wie sehen sie Borderline überhaupt. Es muss auch nicht jeder Therapeut mit Borderline Klienten arbeiten, für manche passt das nicht so, aber wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich deutlich stabilisieren kann, die ist sehr groß. Ganz schnell, können wir vielleicht ganz eins festhalten, an dieser Stelle sage ich das immer bei medizinischen Themen, weil jetzt kommen vielleicht gleich ganz viele Leute, die sagen, naja, aber es ist schwierig, einen Psychologen zu finden, der das noch fachlich behandelt, dann auch noch Zeit hat, Termine frei hat, können wir sagen, sollte jemand in einer Situation sein, wo er denkt, dass er Hilfe braucht, wo er vielleicht auch den ersten Weg nicht findet, es gibt immer die Möglichkeit auch, das hatten wir auch im Vorgespräch, hatte ich dir das gesagt, immer auch, ich glaube, in allen Ländern dieser Welt die 112 zu rufen, dann kommt erstmal der Rettungsdienst, das sind auch ganz liebe Jungs, die fahren einen definitiv zu einer entsprechenden Zielklinik, wo zumindest der Erstaufnahmekontakt, auch wenn es nicht der spezialisierte Fachmann ist, findet da sozusagen die Erstaufnahme statt, damit demjenigen zumindest kurzfristig erstmal zumindest ein bisschen Gehör geschenkt wird, das ist glaube ich der richtige Weg, weil viele sagen immer, ich finde keine Termine, ich sitze alleine zu Hause und mir hilft eh kein Schwein, das ist ja eh das Gefühl, was sie prägt, also ich glaube, da kann man sagen 112 und da kann man immer zumindest den Erstkontakt, den Erstaufnahme erfahren. Und es gibt ja jetzt seit einiger Zeit, die niedergelassenen Psychotherapeuten müssen so eine Sprechstunde anbieten, also wo man kurzfristig, also nicht mit langer Wartezeit, zumindest mal einen Ersttermin bekommen muss. Und den kann man in Anspruch nehmen. Das heißt dann noch nicht, dass man da jetzt nächste Woche mit der Psychotherapie beginnen kann oder so, aber da hat man zumindest mal einen Erstkontakt zu einem Helfer gehabt. Ich würde noch eine Zuschauerfrage zum Schluss noch einbinden, weil wir kommen so langsam zum Ende schon. Solala erstmal, ich hoffe, die Frage wurde eben beantwortet, das haben wir eben ausführlich dann noch besprochen. Danke aber trotzdem für deine Frage. Loving Blossom aus dem Zuschauer fragt spezifisch, wenn du darauf keine Antwort hast, ist auch okay, ist eine emotionale instabile Persönlichkeitsstörung schon Borderline oder ist es eine Vorstufe davon? Meine Diagnose ist sieben bis zehn Jahre her und erklärt hat mir das leider noch niemand. Weißt du darüber? es ist einfach nur ein anderer Begriff. Okay. Also was wir jetzt hier als Borderline Erkrankung bezeichnen, heißt offiziell emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typus. Da gibt es zwei verschiedene Typen und einer ist der Borderline Typus, also wenn man die Diagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörung bekommt, dann ist es in den aller, aller, allermeisten Fällen ist es das, wo wir jetzt hier drüber gesprochen haben. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich möchte aber auch noch festhalten, jeder hat mal schwere Zeiten im Leben. Jeder hat vielleicht auch mal eine Phase, wo es einem nicht so gut geht. Man sollte sich nicht gleich klassifizieren, dass man Borderline hat oder irgendwie eine Erkrankung. Ich glaube, man muss da differenzieren definitiv. Ich glaube, das kam auch durch bei der Sendung heute. Ich habe auch im Chat gesehen, viele haben gesagt, ich habe auch solche Symptome. Aber es gibt einfach immer Phasen im Leben, wo man vielleicht sagt, heute geht es mir nicht so gut oder heute habe ich auch mal Wut. Jeder hat mal Wut. Also ich weiß noch, als ich im Studium diese Diagnose Kriterien zum ersten Mal gehört habe, dann habe ich rote Ohren gekriegt und habe gedacht, Moment mal, das kenne ich doch alles auch, weil in der milden Ausprägung kennen wir das ja auch alle. Deshalb nicht, wenn man jetzt da hier die Sachen gehört hat und einiges passte, nicht denken, man hat eine Borderline Erkrankung. Wenn es einem nicht gut geht, dann ist es gut, sich Hilfe zu holen und zu gucken, was ist da eigentlich los bei mir. Aber die Symptome, die zu Borderline dazugehören, die sind so nah an normal menschlichem Verhalten und Erleben dran, dass man da echt vorsichtig sein muss mit irgendwelchen zu schnellen Pathologisierungen. Ich hatte das gleiche, ich musste gerade schmunzeln. Ich weiß noch, wie unser Psychologie-Prof immer vor uns stand und wir hatten dann Notfallmedizinisch Psychologie und du hast da wirklich gesessen und dann hat er das runtergelattet und du hast gedacht, Moment, irgendwann ist mir dann aufgefallen, okay, aber das machst du bei jeder Erkrankung, das machst du jeden Tag und du bist ja schon polytraumatisiert, wenn du es so siehst. Das war schon, das ist ja so tragisch, dass in den Ausbildungen, dass man uns da nicht gesagt hat, Leute, das gehört zum Leben dazu und jetzt lass uns doch mal offen darüber reden, was wir alle kennen und so, sondern man sitzt dann da her und versucht irgendwie unsichtbar zu werden, weil man befürchtet, dass die anderen einem das jetzt ansehen können, wie nah man da dran ist an dem, was da geschildert wird und erst wenn man dann nachher mit den anderen redet, dann merkt man, denen ging es ganz genau so. Ja, das stimmt. Also daher Selbstdiagnose ist immer... Ich will damit jetzt nicht die Borderline-Erkrankung irgendwie trivialisieren in dem Sinne von, das haben wir doch alle ein bisschen oder so, so meine ich das überhaupt nicht. Borderline ist eben nicht nur das in einer milden Ausprägung zu haben, sondern das einiges davon in einer starken Ausprägung davon zu haben und sehr darunter zu leiden und im Leben dadurch auch einfach Probleme zu kriegen. Und dadurch wird das dann zur Borderline-Erkrankung. Unserem Gast gehört immer das letzte Wort. Ich habe aber noch eine Frage, weil wir uns auch heute im Internet befinden und die Leute an den Fernsehgeräten da draußen vielleicht auch heutzutage viel solche Selbsthilfe-Tests im Internet finden. Wie stehst du zu solchen Tests im Internet oder sagst du lass lieber die Hände davon und geht gleich zum Spezialisten, wenn ihr denkt irgendwas stimmt nicht? Also so ein Test, den kann ich vielleicht machen, wenn ich herausfinden möchte, wie nah ich an der Depression bin oder so. Aber bei Borderline ganz sicherlich nicht. Bei Borderline ganz sicherlich nicht. Lieber jemanden finden, der sich gut damit auskennt, dahingehen, dem das schildern, dass man das und das erlebt und da verunsichert ist. Ja, also ich erlebe das zum Beispiel öfter, es kommen Partner zu mir, die sagen, meine Partnerin hat eine Borderline-Erkrankung und dann gucken wir ein bisschen genauer hin und dann stellen wir zum Beispiel fest, der, der dazu mir kommt, hat eine Partnerin, die eine sehr starke Emotionalität hat, aber die hat keine Borderline-Erkrankung und das ist nicht gut, wenn der Partner dann für sich denkt, oh, die hat eine Borderline-Erkrankung, dann geht die Recherche im Netz los, dann findet man natürlich wahnsinnig viel Zeug dazu, also das ist eher alles ungünstig. Okay, das wollte ich noch am Ende festhalten, vielleicht an die Leute. Ja, Andreas, ich möchte mich erstmal bedanken für deine Zeit, vor allen Dingen in deinem Urlaub und es war mir eine Freude, mit dir darüber sprechen zu können und auch die Leute ein bisschen aufklären zu können und auch hier wieder gesehen, wie wir es im Vorfeld erwartet haben, die Interaktion der Menschen da draußen bei solchen Sendungen, auch im Chat, ist immer sehr hoch, also das muss man sagen, es zeigt das Bedarf an Sendungen, sind die das auch einfach mal versuchen, so ein bisschen tiefgründiger zu belichten, es geht in einer Stunde nicht perfekt, aber ich finde das total toll, dass ihr das macht und vor allen Dingen auch wirklich eine Stunde, nicht irgendeinen Schnellbeitrag in zehn Minuten oder so, weil da hat es in den Medien so viel von gegeben und dann bleibt man eben hängen bei dem Borderliner, das sind doch die, die sich selber verletzen oder so, weil man der Schritt dahinter, der ist dann einfach nicht möglich und das ist toll, wenn es hier mehr Zeit gibt und man das so machen kann und das Thema richtig entfalten kann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und dir gehört auch am Ende trotzdem noch, ich hoffe, jetzt hast du trotzdem noch ein letztes Wort, weil unserem Gast gehört immer das letzte Wort, bevor wir dann, liebe Leute, in die Pause gehen und dann hinter den Kulissen nochmal schnell uns verabschieden und dann kommen wir noch einmal zurück, weil am Sonntag haben wir auch einen Mediziner zu Gast, den Dr. Medpuruka, da reden wir über Nahrungsmittelergänzung und Gaming Booster, wird auch sehr spannend, wird auch sehr spannend, jetzt vielleicht nochmal Andreas. heißt das, wie wir einen guten Umgang mit unseren Gefühlen finden können, das ist so aus meiner Arbeit mit dem Borderline Betroffenen ist das hervorgegangen, aber das ist eben was, wo wir halt eigentlich alle immer mit zu tun haben. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schön war's. A knuff nochmal in den Chat, dann kriegt ihr auch das Buch, das sollte mit gelistet sein. Wir gehen kurz in die Pause, verabschieden Andreas hinter den Kulissen und sind gleich nochmal da. Vielen Dank, Andreas. Für das letzte Wort, bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017